Hallo, heute bin ich auf Fuerteventura. Ich bin mit der AIDA da. Heute sind wir am Land gekommen. Wir haben einen Tag hier und ich benutze die Gelegenheit, Golfclub Fuerteventura zu besuchen. Weil hier werde ich zwei Golfreisen haben und wir wohnen in dem sehr schönen Elbe Golf Palace on Vidal. Die Übungsmöglichkeiten und Golfplatz sehen top aus. Das Wetter ist natürlich super. Aber so fast du mit mir im März trainieren möchtest und einfach Spaß haben möchtest, würde ich mich super freuen, wenn du unter diesem Video schaust, auf den Link klickst und da sind alle Infos. So, hoffentlich bis bald. Tschüss.